Ab Freitag dieser Woche übernimmt Thomas Heinze die Hauptrolle in Der Alte in der beliebten ZDF-Serie. Als der 58-jährige Schauspieler 19 Jahre jünger war, wurde er innerhalb von sechs Monaten dreimal Vater. Seine bereits von ihm getrennte Partnerin Nina Kronjäger brachte die gemeinsamen Zwillinge zur Welt, seine neue Lebensgefährtin Jackie Brown einen gemeinsamen Sohn. In Bunte erklärt Heinze sein Patchwork-Geheimnis. Es war herrlich, aber ich kann mir da nicht die Krone aufsetzen. Das war das Verdienst der zwei tollen Frauen, die einfach erwachsen gesagt haben, kein blöder Zickenkrieg, es geht jetzt nicht um uns, es geht um die Kinder. Die Wohnsituation beschreibt der TV-Star gegenüber Bunte so. Unsere Wohnungen sind zehn Minuten voneinander entfernt. Die Kinder sind zusammen aufgewachsen, haben ihre Urlaube gemeinsam verbracht, auch mit den Müttern. Über die, sagt der neue Alte, Bunte, Ich hatte mit Nina eine tolle Zeit und bin jetzt mit Jackie wahnsinnig glücklich.